Moin Leute, heute grillen wir oder machen ein Feuer mit Sven. Heute schlafen wir dann noch im Wohnmobil. Heute fahr ich. Okay. Ja, Tag. Mein Auge juckt. Ja, Moin. Eine Woche ohne Videos zu machen. Wir sind schon wieder völlig auf Entzug. Deswegen haben wir heute mal wieder ein Video am Start. Heute wollen wir mal ein kleines Feuerchen machen bei Sven Höse in Ostdorf. Der hat uns eingeladen. Und ja, da wollen wir heute übernachten. Und... Habe ich eben schon ein Kleck gesagt. Hast du schon gesagt? Wolltest du was sagen? Ich wollte nur mal sagen, dass... Liebe Zuschauer, ich wollte auch mal sagen, dass ich euch sehr, sehr lieb habe und Henry auch. Tschüss. Und die Kinder habe ich natürlich auch lieb. Welche Kinder? Die Fremden. Man muss nicht mitternacht nur Frau machen. Die ist doch nicht nackt. Doch. Wie heißt die denn noch? Der heißt Hula. Hula? Wollen wir die aufkleben? Ja. Soll ich mich mal sehen, ob sie nackt ist. Sag mal. Uh. So. Hula. Jetzt müssen wir warten. Warten, bis der Typ zu Hause ist. Das kann noch dauern. Macht ja nichts. Dieser Kreis, wo in der Mitte ein Rot ist. Das ist eine Antenne. Hallo Leute, hier sind Blumen, die kann man auslutschen. Lecker? Oh, schmeckt. Ein schönen Stein gefunden. Ist der jetzt schön? Ja. Wir haben Abendessen gefunden. In der Valachampa, wo wir hier auch sind. Lecker. Töten und essen. Hier, Schafi, Daffi. Guck mal, der läuft schon weg. Der Typ braucht einfach ewig, bis er da ist. Ne, aber das war zu gut. Kaffee? Jetzt geht's nach... Nach... Wie heißt der? Osten. Wir haben ja unser Zielort erreicht. Schon mal ein bisschen Stühle aufgebaut hier. Ganz ruhig hier. Schön. Gleich wird gegrägt. Good morning. Good morning. Good morning. Kaffee ist natürlich auch am Start hier. Hey Boys. Es geht. So, das ist Lennys neues Zuhause. Da werden wir ihn heute einquartieren. Ich hab keinen Bock mehr neben ihm zu schlafen. Der schnarcht so. Ja. Hier ist Putzzeug für Lenni. Ja. Kaffee ist die Dachstuhl. Die Katze hat schon gehört, dass Papa die Katze töten will. Ich hab mich mal ein bisschen schöner gemacht für die Außenwelt hier, weil das Wetter ist so trist und da hab ich gedacht, ich mach mich mal ein bisschen schöner. Der alte Machenfeder. Wir haben ein Hexenhaus gefunden. Ah, da müssen wir mal kurz hin. Hier aus. Hey Lenni. Hier wohnt keine Hexe mehr. Ich glaube, die ist ausgezogen. Hier hat Strom nicht bezahlt. Auf jeden Fall ist das Fenster hier auch nicht mehr richtig dicht. Pass auf. Wir sind am Ende der Welt angelangt. Hier ist nix mehr. Nur noch Feld. Feld. Paar Rehe. Und ein Steinberg. Das ist ein künstlich angelegter Wald. Wie man sieht, sind die Bäume alle in Reihe. Ist mir gerade aufgefallen. Alle in Reihe und Glied hier. Raumfeld. 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 Hey. Das reicht dir heute zum Frühstück? Jetzt zappelt die auch nicht mehr weg. Filmt ihr? Ja, echt jetzt? Jetzt ist es mein Haar, du kannst mir auch streicheln. Und das sind die Mähschweinchen. Wohnt ihr hier drin? Nein. Hier? Komm, komm. Was ist das nicht? Komm, kleines Kind. Auf dem Arm fressen die nicht so gerne. Deswegen müssen wir die runter setzen. Es ist aber schön hier. Wir machen auch gleich wieder einen Abgang. Mal gucken, ob wir nach Hause fahren oder noch ein bisschen irgendwo hin düsen. Schauen wir mal. Kaum eingestiegen regnet das hier. Alter Schmädel. Tschau Leute. Tschau. Grüße geben raus, der Matthias Schütze. Unser Messer und Kaja. Unsere VIP Fans. Tschau. Tag das hinalten. Ohneco-Club. Das was derecho. Und leiderrt der Untertitelungen von Kaja. Insiedlung von Kaja. whenever Bourke hat Nachhalt. Vielen Dank.